Glück auf Schalke und herzlich willkommen hier auf Schalke Inside zu den aktuellen S04 News. Schalke hat sich ja mit zuletzt drei Siegen in Folge auf Platz 3 vorgearbeitet, sprich tabellarisch wie auch punktetechnisch ist man aktuell im Soll und das hat man ja unter anderem auch seinen Leihspielern zu verdanken, deren Zukunft nach dieser Saison nicht zwingend in Gelsenkirchen liegen muss. Denn so berichtet die Sportbild, dass weder bei Daku Cholinov, der ist ja vom VfB Stuttgart ausgeliehen, noch bei Jaroslav Mikhailov, der ja von Zenit gekommen ist, eine Kaufoption vorhanden ist. Die beiden Talente könnten somit den Verein sehr wahrscheinlich wieder verlassen. Dass dort aber auch keine Ausstiegsweise mit dabei ist, war ja schon eigentlich bei den Deals klar, deswegen kann man sicherlich davon ausgehen, dass da weitere Verpflichtungen und vor allem auch bei Mikhailov durchaus unwahrscheinlich sind. Man muss aber auch dazu sagen, Cholinov wie auch Mikhailov sind aktuell ja auch eher Ergänzungsspieler. Anders ist das ja bei Rodrigo Salazar, Thomas Ovian und Co Itakura. Salazar von Frankfurt ausgeliehen, Ovian von Altma, Itakura von City, denn die sind ja auch relativ schnell zu Leistungsträgern oder zumindest auch zu Stammspielern geworden. Bei Salazar handelt es sich um eine Laie-Sant-Transfer-Vereinbarung für den Sommer 2022. Es hängt einfach davon ab, ob er bei Schalke bleibt oder besser gesagt, wie viel er Schalke kostet, je nachdem ob Schalke ihm aufsteigt oder nicht. Denn im Aufstiegsfall muss Schalke ihn für eine Million von Frankfurt holen, weitere Bonuszahlungen möglich und beim Verbleib in Liga 2 würde der Uruguayer laut Sportbild 700.000 Euro kosten. Ein ähnliches Modell greift wohl auch bei Marvin Piringer, der bisher nur eine Nebenrolle spielt, aber auch peu a peu immer mehr Einheitsminuten bekommt. Bei einer geringen Anzahl an Einzelnen wird er wohl fix vom SC Freiburg verpflichtet. Die Sportbild rechnet wohl dort damit, dass die Zukunft des Angreifers bereits bis Weihnachten klärt ist und dann etwa 500.000 Euro in den Preisgauf fließen. Sprich, vielleicht ist das 10, 15 Einzelnen, die Piringer braucht, bis Schalke ihn holt. Finde ich gut, auch relativ günstig, 500.000 Euro. Natürlich, er ist aktuell kein Simon Tirode, aber er ist immer noch ein Talent und ich finde, wenn er reinkommt, bringt er auch eine gewisse Energie mit, ohne die letzte Torgefertigkeit aktuell schon auszustrahlen. Alles klar wäre derweil im Aufstiegsfall bei Ovian, der dann für bereits vereinbarte 2 Millionen Euro bleiben würde. Verpasst Schalke den Aufstieg, wird aus der Kaufpflicht eine Kaufoption in gleicher Höhe, die die Königsblauen aber dann wohl auch nicht ohne weitere stemmen könnten. Vorstellbar wäre auch, diese Kaufoption dann zu ziehen und ihn direkt weiter zu verkaufen. Selbiges gilt generell auch für die 4,5 Millionen Euro feste Verpflichtung von Itakura, die selbst bei der Rückkehr in die Bundesliga zum Kraftakt werden würde. Sprich, ein Verbleib des Japaners bei Nichtaufstieg gilt als nahezu ausgeschlossen. Auch da dann wahrscheinlich nur mit einem Weiterverkauf steigt man auf, wird es dann auch schon schwer, weil wir sehen ja die Summen insgesamt. Salazar eine gute Millionen, Ovian zwei Millionen, Piringer 500.000, Itakura viereinhalb. Das ist dann schon annähernd 7, 8 Millionen und das kann man natürlich nicht einfach so am Tisch legen. Aber natürlich trotzdem wichtig, solche Spieler aktuelles mal zu haben. Sprich, Fazit, Mikhailov und Chulinov abgangen. Auf jeden Fall wahrscheinlich nach der Saison. Salazar wird relativ wahrscheinlich ebenso wie Piringer bleiben. Bei Ovian und Itakura hängt auch einfach sehr, sehr viel von der Liga-Zugehörigkeit ab. Eure Meinung dazu? Geh mal in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker!